Tja, herzlich willkommen zu meinem Lesemonat Mai. Ganz vorab erst einmal die Statistik, weil die haben ja doch manche von euch vermisst und es waren bei mir diesmal 16 gelesene Bücher, insgesamt 4.020 Seiten, das macht 129 Seiten pro Tag. Ja, dann möchte ich euch ganz kurz oder nutze ich die Gelegenheit jetzt einfach euch ganz kurz zu erklären, warum es momentan keinen Vlog gibt. Es liegt einfach daran, dass Sina momentan sehr, sehr wenig Zeit hat. Sobald wieder ein bisschen mehr Luft ist, gibt es natürlich den Vlog wieder und sie hat mich gebeten, jetzt einfach mal die Fahne hochzuhalten und weiter halt die Rezensionen zu drehen und auch die Monatsübersicht, aber sie ist garantiert ganz, ganz bald wieder da und dann bekommt ihr von ihr auch wieder Rezensionen, Vlogs, Monatsübersichten, alles, was ihr ja gewohnt seid von uns zu bekommen. So, dann fange ich jetzt einfach mal an mit dem Gespenst von Canterville von Oscar Wilde. Das ist ja so ein Klassiker, den ihr wahrscheinlich schon kennen dürftet. Es ist ja auch mehrfach verfilmt worden. Ich habe das mit Sina zusammen gelesen. Es ist halt die Geschichte von dem Schloss Canterville und da spuckt es halt, da ist halt dieses Gespenst und das Gespenst bekommt jetzt richtig Ärger mit einer amerikanischen Familie. Ein ganz, ganz süßes Buch. Wir waren also wieder total entzückt und hin und weg, dass wir das wieder mal gelesen haben. Dann habe ich hier das Geheimnis von Ashton Place. Aller Anfang ist wild von Mary Rose Wood. Ein ganz, ganz niedliches Jugendbuch oder Kinderbuch. Es, hier auch dieses dicke Eichhörnchen überzeugt mich jedes Mal wieder. Es erzählt die Geschichte von der jungen Gouvernante Penelope, die zu einem Landsitz kommt, wo drei, sind es drei? Drei. Ja, wo also drei Wolfskinder im Wald gefunden wurden und diese Kinder sind total verwildert, à la Kaspar Hauser und Penelope nimmt sich ihre an. Aber es ist da alles doch ein bisschen mysteriös und ob wirklich alle den Kindern nur was Gutes wollen. Ja, dann habe ich hier von Helge Timmerberg in 80 Tagen um die Welt. Das habe ich auch mit Sina zusammen gelesen. Wir hatten ja schon von ihm Shiva Moon gelesen. Helge Timmerberg ist nicht unbedingt das, wo wir sagen würden, wir würden gerne mit ihm verreisen, obwohl er sich so gut auskennt. Dafür neigt er zu sehr, dem Alkohol mal eine kleine Chance zu geben und er kifft auch mal. Aber dieser Mann ist hochinteressant. Er schreibt es richtig, richtig gut. Es waren viele neue interessante Punkte, die wir da erfahren haben. Ja, also eine ganz klare Empfehlung. Wir werden auch weiterhin Bücher von Helge Timmerberg lesen. So, dann habe ich hier von Stefan Maywald, Laura, Leo, Luca und ich. Das habe ich auch mit Sina zusammen gelesen, wie man in einer italienischen Familie überlebt. Nicht, dass jetzt schon ein italienischer Schwiegersohn vor der Tür stehen würde oder ähnliches. Nein, es hat uns einfach interessiert. Das Buch ist super gut geschrieben. Stefan Maywald hat früher für, ja, man höre und staune, für den Playboy geschrieben. Und das Buch ist wirklich sehr informativ, sehr lustig. Und ja, wer sich für Italien interessiert, wer wissen möchte, wie das ist, wenn man sich in eine Italienerin verliebt und diese auch heiraten möchte, daher sollte sich dieses Buch mal näher anschauen. Ein Buch, das ich damals als kleines Mädchen schon im Buchregal von meiner Tante entdeckt habe, ist von Eric Malpass die Gaylord-Romane. Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung und wenn süß das Mondlicht auf den Hügeln schläft. Wir haben den ersten Teil zusammen gelesen, waren am Anfang auch total begeistert von Gaylord und seiner Familie. Aber das Buch wird zum Schluss doch sehr melancholisch, sehr tiefsinnig. Es geht um Tod, Depression und darum auch, wie man älter wird. Der Junge wird auch zusammengeschlagen. Ja, es ist also nicht dieser heitere Roman, so wie das von außen aussieht. Es wird doch schon ein bisschen, ja, trauriger, herzergreifender, wie immer man es nennen möchte. Also jedenfalls ist uns zum Schluss das Lachen im Hals so ein bisschen stecken geblieben. Dann habe ich hier von den mysteriösen Schwestern Christy Spencer und Tabitha Lee Spencer, Dark Angel Summers, der erste Teil, das Versprechen. Dazu findet ihr schon eine Rätsel im Netz. Das Buch hat mich begeistern können. Es ist wirklich ganz entzündlich geschrieben. Die beiden Schwestern, es ist ja ein Pseudonym, dahinter versteckt sich Susanne Haniker und ihre Schwester Beate, Theresa Haniker. Die beiden sind ja schon sehr erfolgreiche Schriftstellerinnen. Das ist jetzt ihr erstes gemeinsames Werk. Die beiden schreiben auch wirklich einen sehr interessanten Blog. Sie sind bei Facebook auch vertreten. Schaut mal bei den beiden rein. Es lohnt sich. So, Silke Schütze, Erdbeerkönigin. Das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist die Geschichte von einer ehemaligen Erdbeerkönigin, die, ja, aufgefordert wird, für ihre erste Liebe oder ihren ersten Schwarm eine, ja, die Beerdigungsrede halt, die Trauerrede zu halten. Leider hat sie überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu dem Mann gehabt. Sie weiß überhaupt nicht, wer ist er geworden, wie hat dieser Mann sich entwickelt. Es ist eine spannende Entdeckungsreise, nicht nur nach ihm, sondern auch zu sich selber. Von Tessa Hennig, Emma Verduftet. Ja, dieses Buch habe ich auch sehr, sehr gerne gelesen. Ich war am Anfang allerdings sehr irritiert, weil das Buch sieht ja so nach Camping aus. Hier, Emma, die etwas füllige, ja, sie sieht halt ein bisschen langweilige Rentnerin, die sich hier in ihrem Schlauchboot davon macht. Hier, dieser Campingwagen auch. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Das muss ich mal sagen. Es geht nach Nizza, es geht nach Monte Carlo. Nix mit Camping, sondern tolle Hotels, Künstlerszene, Lavendelfelder von Gras. Das hatte mich ein bisschen irritiert. Ich brauchte dann auch ein bisschen reinzukommen. Ja, es war am Anfang halt ein bisschen, wo gibt es denn so etwas wirklich, aber man darf hier mal träumen. Auch ein sehr schönes Buch, das richtige halt für den Strand. Auch ein Buch, wo, ja, Cover und Inhalt nicht so unbedingt zusammenpassen. Das ist von Jill Sully, die Witwen von Paradise Bay. Hinten steht drauf, wie weit würdest du gehen, um Sex mit deinem Ehemann zu vermeiden. Ja, es verspricht halt, so wie es aussieht, eine lustige Frauenkomödie zu sein. Ich fand das gar nicht so komisch, denn die eine Witwe, ja, es sind nicht alles Witwen, sage ich es einfach mal so. Ihr bekommt aber dazu noch eine Rezension. Ja, schaut euch die dann vielleicht mal an. Ich will euch hier jetzt ja auch nicht die ganze Geschichte schon vorweg nehmen. So, Derek Landy, Skullduggery Pleasure, die Diablerie bietet, bitte zum Sterben. So, das ist aber auch wirklich schwierig. Ja, wer diesen Detektiv noch nicht kennen sollte, dieses Skelett, lebendes Skelett und seine kleine Assistentin, die Walküre Unruh, der sollte sich die Bücher unbedingt mal anschauen. Sie sind sehr lustig. Es ist trockener, schwarzer Humor zum Teil. Es gibt ganz viel Action da drin, manchmal ein bisschen viel für meinen Geschmack, aber es ist wirklich eine super gut geschrieben und wer diese Fantasy-Detektiv-Romane mag, der sollte sich das wirklich mal anschauen. So, die Sari Sisters wurde geschrieben von Narin Nadami. Ihr kennt wahrscheinlich oder viele von euch werden den Film kennen, Kick it like Beckham. Das ist die gleiche Autorin. Es wird die Geschichte erzählt von drei Schwestern, die alles tun, um in der Schule besonders gut zu sein, besonders hilfreich, besonders nett. Sie sind halt die Besten und das tun sie aus dem Grund, weil ihre Mutter verstorben ist. Ich glaube vor allem ja und sie möchten zeigen, dass sie alleine klarkommen. Ihr Vater ist der Meinung nicht so ganz und der bittet seine Schwester aus Indien anzureisen, um sich so ein bisschen um die Kinder zu kümmern. Das passt den Sari Sisters natürlich überhaupt nicht, denn die haben sich ihr Leben ganz prima eingeteilt und ja, sie können lange Fernsehen gucken und können eigentlich machen, was sie wollen, weil ihr Vater fast den ganzen Tag im Büro ist. Damit ist jetzt Schluss. Ja, auch ein sehr, sehr schönes Buch. Juniper Barry von M.P. Koslowski, ein richtig schönes Buch über Wunscherfüllung und wie weit man gehen sollte, darf, wenn man seine Wünsche erfüllt haben möchte und ist es wirklich so, dass alles seinen Preis hat. Ja, erzählt wird die Geschichte von einem kleinen Mädchen, deren Eltern Schauspieler sind und die sich auf einmal verändern. Ja, dazu wird es auch eine Rezension in den nächsten Tagen geben. Dann Charlene Harris, Vampir mit Vergangenheit. Ihr, wenn ihr mich kennt und ich glaube ein bisschen kennt ihr mich, wisst ihr, dass ich die Serie um Sookie Stackhouse mit absolutem Eifer verfolge. Ja, das ist jetzt schon das elfte Buch und es hat mir wieder super gut gefallen. Es ist noch immer meine Lieblingsserie und ich warte nur schon wieder darauf, dass der nächste Band herauskommt. Ja, diesmal ist es halt so, dass das Ganze gleich mit einem Molotow-Cocktail losgeht, der ins Merlots geworfen wird. Lasst euch also den Spaß nicht an der Serie verderben. Greift ruhig zu, es ist wirklich genauso gut wie die Vorgänger. Mit Sina zusammen habe ich gelesen, Alan Bennett, die souveräne Leserin. Dieses kleine, süße Büchlein. Wollte ich schon ganz lange haben, jetzt habe ich mir endlich den Wunsch erfüllt. Es ist eine super schöne, bezaubernde Geschichte. Stellt euch vor, die Queen war keine Leserin und auf einmal wird sie herangeführt an die Welt der Literatur, an die Welt der Bücher und auf einmal ist die wesentlich interessanter als die Regierungsgeschäfte. Das hat natürlich auch alle seine Tücken, aber es ist ein bezauberndes Buch über die Welt des Lesens. Ja, dann haben wir, früher haben wir es schon immer gemacht, den Top und den Flop des Monats. Ich, es ist natürlich nie wirklich ein Flop und nicht ein absolutes Highlight, aber ich habe mich entschieden, wenn ich irgendwie etwas wie einen Flop bezeichnen sollte. Dann von Anne Fine, die Rückkehr der Killerkatze. Das erste Buch aus dieser Serie hat uns super gut gefallen. Es ist mega witzig, diese böse Katze, dieser Katerkuschel, der die Vögelchen mordet und der doch schon ziemlich böse ist. Er ist eben eine Katze. Nicht, dass Katzen böse sind, es ist ja halt ihre Naturvögel und Mäuse zu jagen, aber Kuschel ist schon eine Nummer für sich. Der zweite Band ist jetzt nicht mehr ganz so schön. Ja, und das absolute Mega-Highlight für uns, für Sina und für mich, war Gespensterfenster von Christoph Marzi. Das Buch ist natürlich eher für die Kleinen gedacht, aber nicht nur Haribo macht Kleine und Große froh, sondern Gespensterfenster hat uns auch super froh gemacht. Und ich zeige euch jetzt einfach mal so ein paar Bilder hier raus. So, jetzt hatten wir hier wieder mal gerade das Problem mit der 12-Minuten-Regel unserer Kamera. Ich mache das jetzt einfach nochmal für euch auf und dann wisst ihr, könnt ihr wahrscheinlich verstehen, warum wir uns in dieses Buch so total verliebt haben. Man kann es auch mal so halten. Und es wird erzählt, es ist also durchgängig. Am liebsten würde ich euch alle Seiten zeigen, aber dann kriege ich wahrscheinlich Ärger mit dem Verlag. Zeige euch jetzt nochmal diese. Es ist halt die Geschichte von einem kleinen Jungen, den seine beiden großen Brüder so ein bisschen drangsalieren und er ist immer zu klein, um irgendetwas Interessantes mitzumachen. Und irgendwann zieht ins Nachbarhaus, zieht ein kleines Gespenstermädchen Mia und sie wuselt vor seinem Fenster herum und die beiden befreunden sich. Und Mia hat das gleiche Problem, denn die Monster, mit denen sie im Haus wohnt, die finden sie ist einfach auch noch zu klein, um zu gespenstern. Ein ganz, ganz entzückendes, super wunderhübsches Kinderbuch. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen und ich glaube, es nimmt den Kindern auch so ein bisschen die Angst vor Vampiren, Werwölfen, Mummien und was sonst noch so durch die Nacht fleucht und kreucht. Ja, das war es jetzt schon. Das war meine Monatsübersicht. Es ist wieder ordentlich was zusammengekommen. Ich verspreche euch, Sina kommt auch ganz, ganz bald wieder. Ja, genießt den Sommer, erfreut euch am schönen Wetter, das ihr hoffentlich habt und ja, bis bald.